Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Wie heißt du? Milo. Emil. Morgen ist der letzte Treter. Dann fliegen wir zurück nach Paris. Berlin ist im Ausnahmezustand. Die haben die Ost-West-Grenze zugemacht. Aber ich muss dringend ins Defaz... Treten Sie zurück! Außerdem sitzt sie längst in ihrem Flieger. Sie ist weg. Ich habe die Idee, wie ich Milo wiedersehen kann. Du willst einen Film erstellen? Ja. Das ist wirklich das verrückteste, idiotischste und schönste, was ich je gehört habe. Was soll das für ein Film sein? Ein ganz kleiner, wenig Aufwand. Ein Prestigeprojekt des Sozialismus. Tja, dann kann ich mal Drehbuch schreiben. Du willst dir alles aufs Spiel setzen, nur um ein Mädchen wiederzusehen. Von nebenbei, ich weiß nicht, ob ich dich auch wiedersehen will. Das letzte Mal, als wir das gesehen haben, warst du kleiner Stelle mit Hausverbot. Und jetzt bist du Regisseur. Ich wusste gar nicht, dass du... Ja. Wenn jemand rausfindet, was du hier anziehst, dann landest du im Knast. Du hast hier nichts zu bieten! In diesem eingemauerten Land! Sie wissen, was sie zu tun haben? Ja. Und bitte! Geh nicht zurück nach Paris. Ich kann nicht hierbleiben. Ich kann es nicht.